Ich habe euch versprochen, dass wir uns Rennsimulatoren angucken wollen für das Autohaus, für das Mobility Center. Und deshalb sind wir nämlich hier im Nordrhein-Westfalen heute in Windeck herrschen, um uns Simulatoren anzugucken. Denn ich will wissen, was ist der richtige, damit es wirklich geil wird für uns im Mobility Center. Und deshalb gehen wir jetzt mal rein. Wir haben nämlich hier einen Termin, um uns das Ganze anzugucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 schön mein Karussell reingreicht jetzt kommt das Karussell, also auch ins Karussell reinfahren letzter, zweiter Gang jetzt haben wir Geld gespart ich würde sagen, das ist die Estrene nicht so hoch und die alten Partys ist teuer das wäre teuer geworden ich würde das nicht so hoch das ist ein System das war die Abenteuerung Musik Jetzt knallt das über den Fernstack in der Hütte, aber das merkt man auch schön. Das war's. Ja, der hat sich den Kopf genommen und den Kopf in den Kopf gemacht. Untertitelung. BR 2018 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 Wir hatten ja in Leipzig, das wir schon mal ausprobiert, das hatte ich euch ja gezeigt und wir dachten, der Vergleich zu dem Ultimate hier, also der, dieses noch, der andere hat das ja auch, wie der die Bodenwellen mitmacht, wir dachten, das ist ein bisschen Bodenwellen, das wird ja nicht einen großen Unterschied machen, aber es ist unfassbar vom Feeling. Deshalb bleibt mal gespannt, wie es weitergeht, welchen Simulator wir uns holen für das Mobility Center. Wenn es dann da ist, dann kriegt ihr natürlich Bescheid, dann, wir haben so viele Sachen im Kopf, es wird phänomenal, also wir bleiben dran, danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, dann mal hier oder hier drüben, ich glaube, ach, hier drüben, einmal noch andere Videos und folgt natürlich, wenn es euch gefallen hat. Haut rein!